So, hallo, herzlich willkommen zu Final Fantasy 15. Mein Name ist Franconia, wir sind hier. Übrigens, Schnauze. Gestern war doch was irgendwas mit Leibgericht. Also wenn jemand ein Leibgericht bekommt, dann fügt er dem Gegner viel mehr Schaden zu, wenn er ein Leibgericht gegessen hat. Also Noctis hat jetzt, Noctis Gladiolus hat jetzt ordentlich, ja was heißt ordentlich? Aber da geht was bei dem jetzt, ne? Also, wenn der draufhaut, da wächst kein Gras, teilweise. So, wir gehen mal da rüber nochmal. Wir müssen ja hier... Was, Fitnessbrat? Ja, und ich isst. Das sind hier Pferde. Wow, was sind das für coole Viecher. Gehen wir mal da hin, Jungs. Stufe 5, das ist doch mal was. Alter. Echt? Jungs. Beobacht du die Bewegungen deines Gegners genau. Ja, ja, ja. Wo sei vor allem... Wie sieht's da drüben aus? Ich bin unschlagbar. Ja. Eine Zeit ist noch. Hut ab, Gladiolus! Nice. So, sonst noch eine? Na, der macht doch ordentlich Schaden hier, der Junge. Sturm. Der hat doch ordentlich gesessen. Oh, Technik, sogar A. Nice. Technik, sogar A. Aber was haben wir, FP bekommen? Gar nichts, ne? So, da drüben haben wir noch was Hübsches. Was ist das für Unkraut? Aber cool, jetzt freut's mich, dass wir nochmal ein neues Gericht haben. Ja, die Erbsen doch hier, hat er gemeint. Ja, da wird's doch wieder ein köstliches Mahl werden, hier, hat er gemeint. Können wir hier nach oben? Nein. Wie, aber da drüben können wir ja was machen. Können wir was holen. Wie, Gott sei Dank sterbe ich nicht, wenn ich irgendwo runterspringe. Ups, falscher Knopf schon wieder. Da ist es, ah, mit einem versteckten Bumper. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Ja, aber das Problem ist, ich kann mein Auto nicht damit machen, ne? Damit anmolen. Kumpel, der, warte mal, ich möchte doch nochmal Aufgaben. Ach, wir haben nur aktuell das, da Ausrüstung. Ne, wo war das? War das die Ausrüstung beim Noctis? Die Klamotten, wie kann ich die Klamotten nochmal ändern? Ah, hier, Kleidung, etc. Wir nehmen mal... Obwohl, ne? Das ist eigentlich echt das Beste, ne? So. So von der Power her, deswegen kommen lassen wir's. Ist ja auch wurscht. So, wir haben jetzt... Das ist doof, ich möchte wieder hier nach oben, ey. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Dann könnten wir auch mit dem Auto fahren, fast. Wenn wir jetzt hier nirgendwo rauf können, links und rechts. Okay, wir rennen mal wieder eine Runde. Legen wir nochmal eine Schippe drauf, bis sie wieder kaputt ist. So, links und rechts gibt's leider nix von uns. Ah, das ist doof, ich... Oben, links und rechts, was schon. Da sprüht nur so das Leben und wir laufen hier... ...den getärten Weg entlang, da. Verdammt, okay. Ui! Wow, hey Jungs, geht einmal ein wenig von der Straße runter. Wow, jetzt kommt hier doch langsam Leben rein, oh. Cool mit Balmen. Jetzt wird's hier mediterran, oder was? Wow, geil! Was ist das? Wow, was ist denn hier? Aber ich möchte hier doch mal hier auch mal alles angucken, alter. Oh, ist das schön, ich mag das. Oh, das sieht doch traumhaft aus, oder? Wieso? Wieso? Es gibt ja so... So, die Wurzeln nehmen wir mit, natürlich. Die haben wir natürlich bekommen. Alles in der letzten... Oder heute, vorhin. Gerade eben. Wir gehen mal hier rauf. Das sieht so aus wie so... ...so Bunkerlos, ne? So, was schon. Nice. Grünsteinsplitter. Wow, jetzt einmal ohne Witze. Ich glaube, wir fahren nie mehr mit dem Auto. Außer, wir müssen halt mit dem Auto irgendwo hinfahren. Dass es nicht anders geht. Wie eins der letzten Folgen, da haben wir mit dem Auto hinfahren müssen. Siehst du, da oben ist auch noch was. Verrostete Münze. Ich würde mal das ganze Klump gerne mal alles echt verkaufen, ne? Was wir so nicht brauchen. Und selbst bei Final Fantasy, es gilt doch ein wenig was wert, ne? Es geht nichts über die freie Natur. Wow, Alter. Da hast du ja was gesagt. Ich würde aber gerne nochmal... Ich möchte jetzt nochmal da drüben hinschauen. Ohne Witz, ohne... ...Auto. Als wenn du nicht mit dem Auto fährst, ne? Das ist doch teilweise gescheiter. Da kannst du doch alles so richtig besser erleben, irgendwie, finde ich. Okay, hier gibt's nix. Macht ja nix. Oh, ich finde das so schön grün hier, ne? Nicht so hier die Steppe da. Hier gibt's gerade leider nix. Zum Luki-Luki machen. Und das Ding, die Karre, können wir doch einmal wegmachen, ne? So, die Tankstelle, wir machen mal das Ziel weg, genau. Jetzt ist es nämlich weg. Da ist drüben, ist die Tankstelle. Ich möchte doch nochmal da rüberlaufen, ne? Was ist das? Ist das was für uns? Ne, okay. Okay. Tolles Wetter heute. Ja, mir auch. Dann laufen wir doch mal hier rüber. Alles. Das ist doch Wasser, oder? Ne. Das hat von oben ausgeschaut wie Wasser. Aber was ist das hier? Wieso ist das so dunkel? Wuii. Sehr geil. Hier oben ist was. Ah, das nehmen wir doch gleich mit. Ich komme hier tatsächlich hoch. Nice. Was haben wir hier? Fechter Knöchelband? Ähm, hier müsste was sein, hä? Wuii. Wo soll hier was sein? Hier. Aber das ist nicht das, ne? Eisenklumpen? Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Ja. Richtig. Richtig brutaler Wind. Wir sind hier schon richtig, oder? Ach, ist das herrlich hier. Ist das schön. Am Strand, Alter. Entschuldige. Es ist einfach so schön hier. Sind wir hier richtig? Ich möchte doch nochmal. Warte mal, wir sind hier falsch. Äh, Ausrüstung. Wer hat, was ist grünes Halsband nochmal? So, grünes Halsband. Ein grünes Halsband aus glänzendem Leder. Beschleunigt die LP-Regeneration. Merklich. Hm. Sternenanhänger. Fechterknöcklein. Ein Knöcklein verziert mit dem Bildnis eines Schwertkämpfers aus dem Albertium. Erhöht die Vitalität. Ja, da braucht es aber der nicht, ne? Oder? Wollen wir es mit dem ausrüsten? So, Zauber. Was können wir dem geben? Feuer, oder? Komm, dem Kollegen geben wir noch Feuer. Sehr schön. Und der hat alles neben Waffe zaubert. Der hat leider keinen Zauber, ne? Obwohl der ja doch fettstark ist, ne? So. Alles klar, Nockt? Was denn? Ja, passt doch. Ich habe euch nur ein wenig was gegeben jetzt. Freut euch doch. Wenigstens. Ihr Lackl. So, wir laufen mal jetzt hier runter. Hier ist es, Edzettler. So, was haben wir denn hier hübsches? Fungo, Ongo. Das ist doch auch wieder was zum Essen hier. Fungo, Ongo. Ach, ist das schön. Entschuldige, dass ich mich wiederhole, aber... Ah. Ah. Mein Quatsch. So, wieso ist hier so ein... Brennt hier was? Ist da Feuer? Wie geht man hier? Ach, wie schön weiß der Strand ist, ne? Herrlich. Ach, nee. Hier können wir ein Ding machen. Lagerstelle. Nice. Nice. Dann rüsten wir uns doch mal damit noch auf. Sehr cool. Dann rüsten wir uns doch hier nochmal volle Pulle mit auf. So, dann haben wir hier schon die maximale Punktzahl. Wo bekomme ich solche Flakon-Dinge her? So Flakon... Was schon? So Flakon-Fischle. Was sind das für Dinge? Hier gibt's was zu tun. Fein, dann kümmere dich drum. Alleine? So war das nicht gedacht. Die Accessor ist eröffnet. Alter, das zieht aber einiges ab hier. Schön brav, meine Lieben. Jungs, 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 Jungs. Und C. Nice. Alter, das ist das Riesen-Krabben. Alter, aber der Blitz, ne? Der hat's ordentlich hier reinpfeffert. Alter Schwede. Aber wie hübsch, ne? Kann ich da in das Wasser eigentlich auch rein? Ah, hier haben wir noch was. Ach, ist das schön. Alles erkunden. Ein Grünstein-Splitter. So, der andere fehlt doch noch, oder nicht? Ne, wir haben alles. Weiß-Stein-Splitter. Was bringt das noch einmal? 5100 Schaden. Lass nicht zu, dass du hier alleine eine Schau abziehst. Autsch, Mist. Dann lass aber mal krachen. Erfolg, ja. Fuck. Okay, erfolgreich war man. Ja, wir haben die 5000 Einhauten noch was punkte gemacht. Alter, war der verbrannt, ey. Größte der Krabben, Alter, sind das fette Dinger, ey. Entschuldige für meinen Slang. So, äh, wieso hab ich hier markiert? Ich trottel. Wir machen das natürlich weg. Jetzt interessiert es mich doch mal, ob ich hier ins Wasser kann. Nein. Das zum Thema Open World, aber das ist doch auch wieder jammern hier auf aller, allerhöchstem Niveau. So, dann haben wir, können wir eigentlich, können wir eigentlich, nee, wir müssen den allzuerst freischalten, dann machen wir das doch mal. Na, dann werden wir doch das doch mal schnell freischalten. Dieses Camping-Ding, weee. Da werden wir. So, wir rasten. Du hast eigentlich die Fugel erreicht, was möchtest du tun? Wir machen mal nix. Aber wir haben's jetzt, ne? Oder? Nee. Dann muss ich doch hier rasten. Komm, dann machen wir das mal ganz schnell. Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Äh, nein, ich depple. Ich depple. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Okay, null Tage vergangen. Es. Technik B, ja. Es wird langsam, aber sicher. Es wird halt irgendwie langsam, aber sicher. So. Schwertschweif, Landenstück, Schinken. Asgira-Wurzeln, komm. Freunde, das fressen wir heute. Nee, das können wir nicht fressen. Dann nehmen wir, äh, nehmen wir mal Spiegeleier. Yum, yum. So, ich trinke auch noch ein Schlückchen. Hm, strammer Max, hat er gemeint. So, ein bisschen Bung, die haben wir doch bekommen. FP haben wir 92 jetzt kochen. Ignis, alter Talentstufe aufgeschrieben. Neues Rezept. Gedünsteter Fisch in Ölsoßen. Könnte schmecken. So. Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Ja, sieht schon. Gutes Foto. Das ist geil, ja, komm. Das sieht auch richtig, richtig nice aus. Wir nehmen das auch noch mal mit, oder? Komm, weil wir es können. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Ja, alter, so fette Krabben, ey. Warte mal, warte mal, wie kann ich das mit X ansehen? Ja, okay, sieht mir doch nicht so gut, aber okay. Ich finde doch auch nicht schlecht. Ich hoffe, es ist aber nicht dunkel. Bitte lass es jetzt nicht dunkel sein. Es ist dunkel. Was ist los? Oh, was will denn der? Das Ignis aber auch immer so eine Spaßbremse sein muss. Na, wieder zum Frühaufstehen verdonnert worden? Vielleicht kann ich dir da helfen. Noct, was hältst du davon, wenn wir morgen früh am Strand trainieren? Klar. Also Training kann nie schaden, ne? Wenn es denn sein muss. Okay, bei Sonnenaufgang geht's los. Wehe, du verpennst. Geil, am Strand trainieren. Das ist doch cool. So, der speichert auch nochmal selber. So, dein Freund hat dich auf dem Streifzug eingeladen. Schließe dich beim Morgengrauen an und erfülle eine spezielle Aufgabe. Du darfst dich nicht zu weit von der Lagerstelle entfernen. Da vorne sieht es ganz gut aus. Hier lang. Wohin denn? Morgenstunde hat Sand im Schuh. Sehr geil. Kaum Charaktere bisher gehabt oder Charaktere gehabt im Spiel, wo mir von der ersten Sekunde an so dermaßen sympathisch war. Nicht einmal bei Ding. Nicht einmal bei The Witcher 3. Ich muss sagen, ich finde die vier Jungs echt sehr, sehr cool. Wirklich sehr, sehr geile Charaktere. Okay, muss man sagen. Alter, hier kann man es aushalten. Die Musik ist auch cool. So, Kollege. Was trainieren wir jetzt? Wozu eignen sich Strände besser als... Zum Laufen? Ja. Das ist alles? Warte mal ab, bis du ein paar Runden hinter dir hast. Der weiche Sand wird dir einen Muskelkater verpassen, an den du noch lange zurückdenken wirst. Der perfekte Start in den Tag, Umpel. Glaub's mir. Wie wär's mit nem Wettrennen? Der Spannung wegen. Wettrennen? Genau, wenn du verlierst, bist du mit sofortiger Wirkung mein allmorgendlicher Trainingspartner. Okay. Das ist ein verdammt guter Ansporn zu gewinnen. Da vorn ist unser Ziel. Los, in Startposition. Die Linie, okay. Alter, das war ja arschisch dick, ne? Auf die Plätze, fertig. Alter. Los! Nein, nein, nein! Der ist ganz schön schnell. Nein. Also so kriegst du mich nie. Nein, verschlafen hat er, der Kribbel. Nein. Nein. Jetzt hab ich ihn doch neu. Alter, der Hund. Nein! Nein! Sauber! Der Sieg geht an mich. Schiebung! Wenn du wieder mal Lust hast, sag einfach Bescheid. Ich dachte, ich müsste jetzt jeden Morgen ran. Nee, das hältst du doch gar nicht aus. Los jetzt, Rückmarsch. Nicht schlecht, Gladio. Hast mich fast so weit, es dir beweisen zu wollen. So ein Schlappschwanz der Noctis, Alter. Hey, Kopf hoch, Kleiner. Hey, lass das. Am nächsten Mal klappt's bestimmt. Ach ja? Alter, 20 FP aber erhalten. Was hätte ich nicht bekommen, wenn ich gewonnen hätte? Ah, Gruppe beigetreten. Ich hätte es eigentlich gerne nochmal gemacht. Alter, Schlappschwanz, ey. Ohne Witz, Alter. Oh, wie cool das aussieht. Oh, wenn das in 4K wäre, ne? Alter, da kriegst du doch echt. Da kriegst du doch echt an zu viel. So, jetzt laufen wir auch nochmal mit den gesamten, mit allen vier Jungs. Laufen wir nochmal rüber. Ach, ist das schön. Ohne Witz. Mit dem Auto ist es viel zu schade. Aber wir werden mal unser Auto hier abschleppen lassen. Was ist denn das für ein Ding da? Hallo? So, Fischerhütten? Hier, schau mal. Hey. Was denn? Können wir jetzt hangeln? Hangeln? Ja, hangeln. Können wir jetzt angeln? Was ist denn das schon wieder? So, an der Wennersküste beißen unter anderem an Dickkopfmakrelen, so einer wie ich. Und Golding, äh, Galdin, Stachelmakrelen. Mögt ihr Fisch? Können wir das mal reinschreiben. Yeah, angeln. So motiviert sieht man dich selten. Geil. Wir können jetzt angeln. Wir quatschen mal mit dem Typen. Moin, moin. Zum Küstenfischen hier? Zum was? Zum Küssefischen? Zum Fischeküssen? Ach Gott, was ist denn mit mir los, ey? So, Camping-Zubehör. Ah, leck mich doch fett. Mit schweren Zielen. Komm, dann nehmen wir mal zwei mit, weil wir es eben können. Besten Dank. Wir kaufen mal hier ein bisschen ein. Ein Popperkürtel in Form eines weißen Schokobus. Der große Schnabel hat zwei kleine Wellen. Die Fische anloggen. Und geeignet für Schlangenkopf. Hier Dickkopf-Magrele. Die haben wir ja. Da haben wir aber schon einen. Ja, komm, da kaufen wir noch mal zwei dazu. Schlangenkopf. Gold in Stachel, schieß mich tot. Komm, dann nehmen wir auch noch mal zwei dazu. Oder sollen wir mal überall welche nehmen kommen? Bomber. Dann machen wir mal die voll. Dann kaufen wir mal alle ein hier gepflegt. Ja, da geht einiges an Kohle verloren hier, ne? So, Bomber, Donnerbomber. Phönix-Barsch. Schiff-Baramundi. Ich habe keine Ahnung, was das für so Farbelfische sind. Wir schauen aber mal, dass wir irgendetwas verkaufen. Von dem verkaufen wir mal nichts. Wir könnten ihm aber... Eine Handfeuerwaffe könnten wir ihm mal verkaufen. Für 25. Dolch, hier haben wir halt noch Jagd-Sperre. Nee, das lassen wir mal alles. Proste, Reif. Da verkaufen wir mal einen davon. Und den Rest möchten wir doch gerne behalten. Hier haben wir doch, alter, Kartoffeln. Na, da würde ich noch... Wertgegenstände, äh, diese... Alter, da verkaufen wir mal 15. Oder? Nee, da verkaufen wir mal 16. Jo, da kommt Geld rein in die Bude. In ganzem Sammler beliebten, halt einen hohen Verkaufswert. Brauche ich das eigentlich? So, versteinertes Holz ist nur eins. Einen geringen Verkaufswert. Wertgegenstände, das kann ich ja irgendwie nicht, ne? Komm, wir hauen das mal weg. Ja, in den Gil, ja. Goldstaub. Cool, das können wir mischen, alter, Schwarzsteinsplitte. Okay, Spinnenseite. Ach, das waren die, okay. Nee, das passt. Oh, was? So, liebe Freunde, wisst ihr was? Dann machen wir hier... Dann werden wir mal morgen hier angeln. Oder machen wir das heute noch? Man weiß es nicht. Ach, scheiß drauf. Nee, machen wir morgen. Komm, machen wir morgen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Heute haben wir doch auch einiges gemacht. Sind wir jetzt endlich mal da hingelaufen? Endlich haben wir es geschafft. Hier an diesem wunderschönen Strand. Wo wir auch eigentlich hin müssen. Da drüben hockt Anna. Dem werden wir doch auch nochmal helfen. Oder zumindest mal versuchen. Ach, ist das schön da hinten. Da bin ich gespannt. Da könnt ihr gespannt sein. Auf morgen auch, ne? Bei Final Fantasy 15. Mit Noctis und den Jungs. Haben wir ein kleines Wettrennen gemacht mit Gladia. Ja, verloren. Aber trotzdem 20 FPE bekommen. Aber da könnten wir doch nochmal die Fertigkeiten. Könnten wir doch nochmal ein wenig was machen hier. Teamfähigkeiten. Erhöht den Schaden von Kombos. Jo, komm. Tun wir mal freischalten hier. So, analysiert den Kampfweg in die Gegend und zeigt Schwächen und Attribute auf. Das ist geil. Ich sag, wie das nicht früher gemacht. Ich sag, wie das nicht früher gemacht, dich Trottel. So. Startschuss. Schusswaffe lässt prompt einen weit entfernten Gegner präventiv angreifen. Füll den Kommando-Balken auf. Ach, da kann ich die anderen auch alle. Großschuld. Ah, jetzt hab ich's kapiert. Das bin nicht nur ich. Das sind alle hier. Gesundheit zum Bleistift. Erhöht die Stärke an der Gefährdung in jede eigene Stufe. Das ist jetzt gleiche Fertigkeit in die niedrige Stufe. Kostet 99, ey. Erkundung. Verlängert die Effektdauer von Gerichten beim Zelten. Nice. Schnappschuss. Erlaubt prompt einen Kampfzugrund auf. Wir maximal können fünf Fotos gespeichert werden. Kosten. Ein Kommando-Balken. So. FP-Forscher. Sowohl für den Empfangenen. Gewährt für jeden Gefangenen Fisch FP. Ja. Freunde, das nehmen wir doch auch nochmal. So. Herr der Heringe. Gewährt zusätzlichen FP beim Zelten. Ja, das ist vielleicht auch nicht falsch, ne? FP-Fernfahrer. Gewährt FP für das Zurücklegen bestimmter Distanzen im Regali. Diese ganze FP-Rotze, ne? Chocopo-Rennen geil. So, Sattmacher. Verbringe die Effekte auch von Gerichten beim Zelten. So, Posionär. Verdoppelt die Menge von der Gegenstände. Die geangelte Fische einbringen. Das ist auch nicht schlecht, aber auch noch so fett, ne? Gewährt EP für einen geangelten Fisch. Nein, dann machen wir mal diese ganze FP-Rotze hier. Möchte ich dann doch nochmal. So, Herr der Ehring, erhält den FP-Ehalt beim Zelten. Was war das nochmal? Erhöht den FP-Ehalt beim Zelten. Alter, wir schauen aber nochmal hier. Warte-Modus. Was ist denn das? Im Warte-Modus wird das Zertrimmern von Teilen bei Warp-Angriffen auf jeden Gegner erleichtert. Die Noctis momentan nicht anwinstieren. Was? Im Warte-Modus wird das Zertrimmern von Teilen bei Warp-Angriffen auf jeden Gegner erleichtert. Okay, ähm, was haben wir hier? Schmerzhafte Fakten. Erhöht die Verursachen Schaden, wenn die Schwachstelle eines analysierten Gegners ausgenutzt wird. Das ist auch nicht schlecht. Maki! Verleiht einen synthetischen Zauber zusätzlich 10 Kraftpunkte. Er setzt gleiche Effekte niedriger Stufe. Das ist natürlich nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch. Erhöht die Menge elementarer Energie, die Noctis absorbieren kann. Das ist nicht schlecht. Wir nehmen aber mal den 20er. So, dann haben wir hier noch Synthese-Effizienz. Verleiht einen synthetischen Zauber zusätzlich 30 Kraftpunkte. Anwendung eines Elementarzaubers. So, Heilung. Heilung ist nie schlecht. Heilung ist nie verkehrt. Gestelltes Comeback. Erhöht die Verteidigung eines Gefährten, der aus einem kritischen Zustand gerettet wird. Das ist natürlich geil. Erhöht die LP und MP Regeneration in Deckung. Das können wir auch nochmal machen. Nice! Erste Hilfe, Prompto. Regeneriert eine geringe Menge LP, wenn die eigene LP niedrig ist beim Prompto. Und Erste Hilfe, Ignis regeneriert eine geringe Menge... Ja, wir nehmen erstmal Erste Hilfe. Bei Noctis, oder? Ich glaube, das können wir doch am besten gebrauchen. So, jetzt haben wir noch 18. Was haben wir hier? Kommandos. Kennst dich aus. Können wir noch was machen hier? Ja, sammeln lässt sich Gefährten. Sich sammeln. Halbkritische Zustand auf und beschleunigt die LP. Heilung, rapide Kosten. Zweig, Kommando-Balken. Schusswaffe. Zieh die Aufmerksamkeit beim Schwingen auf sich und schwächt. Sicher. Das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir Gladius nochmal. Großschwert ins Fessel. Einen verheerenden Angriff auf einen Gegner. Und Aggressor. Füll den Kommando-Balken auf, wenn Noctis einen im Gegner trifft. Das ist nicht schlecht, aber das können wir nicht machen, ne? 8, 8, 8. Ja, dann machen wir mal das Sammeln bei Ignis. Nice, jetzt haben wir noch 10. Elementar, oder? Alter, da kannst du noch so viel machen, ey. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Jetzt habe ich es endlich kapiert, wie wir die Jungs ja alle weiterentwickeln können in diesem Sinne. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Und bis morgen zu Final Fantasy 15. Macht's gut. Richtig cooles Spiel. Bockt sich sehr. Und ja, seid gespannt auf morgen. Da gucken wir uns dann nochmal hier noch ein bisschen genauer um. In diesem Sinne, danke. Und Servus. Macht's gut. Euer Frank Honia. Euer Frank Honia. Ja, da ist ja,